Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, endlich zurück zum OMSI Bus Simulator. Ja, ich habe eine ganze, ganze Menge zu sagen und ja, das werde ich alles so jetzt während der Aufnahme so ein bisschen abklappern. Dann, zuerst mal so die wichtigen Fakten und zwar, wir fahren auf der Map Lichtenberg. Das ist eine fiktive Map mit Berliner Bezirksnamen, sprich Lichtenberg ist ein Bezirk und, oder ist es ein Bezirk? Ja, ich glaube es ist ein Bezirk sogar. Und dann verschiedene Ortsteile sind dann, kommen dann hier sozusagen vor, die aber nichts mit dem echten Berliner Ortsteil zu tun haben. Also, weiß ich, Marzahn und, äh, was war da noch, äh, Treptow, ne, sowas. Ähm, genau. Und, äh, der Map-Arsteller heißt Remington und an der Stelle schon mal vielen Dank für die Map, weil, äh, ja, ist schon toll geworden. Und das werden wir jetzt sehen, ähm, und damit kommen wir so ein bisschen auch schon zum nächsten Punkt, und zwar, äh, die Linie wird ziemlich lang werden. Und das mache ich so ein bisschen als Entschädigung, weil es jetzt so lange keinen Umsieg gab. Warum, das werde ich gleich erzählen, während der Fahrt, aber ich will jetzt nicht zu viel rumlabern und nichts machen. Und deswegen fahren wir währenddessen schon mal los. Und, äh, ja, also die Linie ist ziemlich lang. Ups, ich leckte es jetzt nicht zu viel, ich habe extra meinen Computer nur gestartet. Und, äh, ja, ich weiß nicht genau wie lang, ich glaube ungefähr eine Stunde, ich weiß es aber nicht genau wirklich. Deswegen, äh, ja, während, äh, wie schön tanken, ne, sieht man ja, schön diesel tanken. Und, ähm, ja, also ich werde auf jeden Fall, äh, die Aufnahme nicht in einem hochladen. Ich werde, äh, sozusagen irgendwann in der Mitte einen Schnitt machen. Und, äh, ja, dann, äh, werdet ihr die Folge sozusagen, oder die Aufnahme der Linie in zwei Teilen sehen, die ich aber relativ nah beieinander hochladen werde, weil, äh, ja, ihr müsstet jetzt so lange auf Umzi warten. Dann, äh, werde ich als Entschädigung auch mal wirklich eine Stunde quasi hochladen, dann, äh, aber in zwei Teilen, weil, das muss ich euch wirklich nicht antun, da, euch dazu zu zwingen, euch das alles auf einmal anzugucken. Genau. So. Wir sind erst mal auf dem Betriebshof, wo die Linie X1 startet. Ich habe übrigens das hier gar nicht anders raufbekommen. Hab nochmal am Handbuch nachgeguckt und, äh, ich bekomme das X irgendwie nicht an die zweite Stelle. Und, äh, wenn ich die 1 an die zweite machen will, dann kommt X10 eben, ne. Von daher ging das leider nur so. Ich war einfach zu blöd. Auf Wiedersehen. So. Nächster halt. Also, ich weiß nicht genau, ich verstehe es irgendwie nicht so ganz. Muss ich euch mal ganz kurz erklären. Dann kurz auf Pause. Ich habe die ganze Zeit gesucht, ach so, das habe ich euch noch gar nicht gesagt. Es gibt nämlich noch ein kleines Problem bei der Map, kann ich ja doch nochmal weiterfahren. Ähm, ich kann irgendwie keine Fahrpläne laden. Warum macht es jetzt nicht Huckel? Ach, egal. Ich kann keine Fahrpläne laden, äh, da hatten auch noch ein paar andere dieses Problemen. Dann hat der Remington im Omsi-Forum einen Link, ähm, gepostet, der das beheben sollte. Aber bei mir hat er es nicht, Bohm. Ich habe es mehrmals versucht. Und, genau, deswegen kann ich leider keine Linie annehmen. Deswegen weiß ich auch nicht genau, wo wir starten müssen. Deswegen weiß ich auch nicht genau, wie lang die Linie ist. Und, ähm, ich folge jetzt einfach quasi den Pfeilen. Und wir fahren einfach, äh, ohne Fahrgäste sozusagen. Leider, das ist zwangsmäßig. Wir können ja ab und zu mal anhalten an den Halterstellen. Es ist wirklich, äh, blöd. Aber ich habe wirklich wieder eine halbe Stunde oder so dran gesessen, daran, das hier alles vorzubereiten und sowas. Und, äh, ja, irgendwann reicht es dann auch. Und es ist schon ziemlich spät. Deswegen versuche ich auch ein bisschen gedämpfter zu reden. Und, ähm, ja. So kommt das dann eben jetzt so alles. Jetzt muss ich mal gucken, ob die nächste Halterstelle auch Strandweg heißt. Dann wäre nämlich das Problem geklärt. Was ich eben gerade erklären wollte, wo ich dann mich selbst wieder unterbrochen habe. Wie ist ja auch genug passiert, übrigens, majestätische Landschaften, ne? So, es heißt nicht, äh, Strandweg. So, und deswegen ist jetzt eben die Frage, was ich nicht verstanden habe. Wir gehen mal ganz kurz zurück zu der Stelle. Ich bin gerade auf Pause. Äh, zum Betriebshof. Hier. Start der Fahrt. Okay, blablabla. Ist ja alles für nur gut. Weil ich weiß halt nicht genau, mein Problem ist, ich weiß nicht genau, wo die X1 anfängt. Wir können ja, es kann gut sein, dass sie irgendwo hier hinten anfängt. Mal alle anderen Linien. Ich dachte nämlich irgendwie, die fängt am Betriebshof an. Es kann sein, dass sie vorher anfängt. Aber ist nicht so schlimm, dann fahren wir eben nicht die ganze Linie. Wir sind halt ein Einsetzer. Ich muss mal kurz vorspulen und gucken, was wir alles verpasst haben. Strandweg 1, 2, ach, nur eine Station verpasst. Na dann ist das okay. Da war ich mir vorhin die ganze Zeit nicht sicher, weil irgendwie ich dachte, man muss am Betriebshof anfangen und dann irgendwie doch nicht. Und da die Linie X1 nur in eine Richtung fährt, war es auch nicht so leicht, irgendwie das alles zurück zu verfolgen. Ich bin dann hier das Ganze einmal in der Luft sozusagen abgeflogen und bin dann am Ende wieder am Betriebshof gelandet. Deswegen dachte ich irgendwie, ja... Aber auf den Pfeilen stand die Linie irgendwie nicht und dann war sie plötzlich doch da. Naja. So, jetzt geht es jedenfalls erstmal weiter. Also hier auf dieser Map gibt es viele so lange Geraden. Aber dann auch viel Detailverliebtheit und sowas. Viele Hochhäuser, wie ihr auch seht. Dann gegenüber einfach mal hier sowas. Dann halt mich ein bisschen an Südfrankreich, da wo ich immer... Oder öfters mal im Sommerurlaub bin. Also mit Fluss und dann fahren die ganzen Leute da. Kanu, Kajak, blablabla. Und scheiße, ich hoffe es ist nicht zu dunkel. Fällt mir gerade so ein, dass es dunkel ist. Passt mal auf, ich schalte das gleich mal ein bisschen heller. Hätte ich auch mal vorher dran denken können, aber ich muss dann so viele Sachen denken. Es war wirklich mal wieder richtig anstrengend, das hier alles vorzubereiten. Und ich habe auch noch gar nichts zum Bus gesagt. Wir fahren nämlich heute mal mit dem D86er SD202, was wir bisher, glaube ich, schon überhaupt nicht gemacht haben. Oder wenn, dann ganz selten. Mit Felddienstwerbung. Äh, ja. Wollte ich auch mal gemacht haben. So, nächste halt übrigens. Volker oder Polkerstraße? Erkenne ich gerade nicht. Polkerstraße, okay. Da, wo die Leute alle an ihren Fingernägeln rumpolken. Daumen hoch, wenn der witzig war und Daumen runter, wenn der nicht witzig war. Hö, hö. So, Polkerstraße, das stimmt sogar. Halten wir mal kurz an. Ihr müsstet euch jetzt einfach mal die Fahrgäste denken. Oder ich schneide hier im Nachhinein so rein, so irgendwelche Pappmaschine, Leute, die hier... Nein. Ein bisschen viel Arbeit, würde ich mal behaupten. So. Zack, geht die Tür wieder zu. Und ich wollte gerade irgendwas machen, was ich jetzt aber wieder vergessen habe. Hm. Keine Ahnung. Alle Linien. Und vor uns Sackgasse. Ach, ich weiß, genau. Ich wollte... Das seht ihr jetzt gerade nicht. Ich wollte heller stellen. Äh, nee, nicht das Wetter, die Uhrzeit. Machen wir einfach mal so... 19 Uhr, dann ist es vielleicht ein bisschen heller. Genau, so, so ist doch schön. Ja, hallo und herzlich willkommen also zum Omsi-Bus-Simulator. Wir fahren jetzt also die Map Lichtenberg. Und, äh, der Rest... Den Rest könnt ihr euch dazudenken, ist doch egal. Natürlich alles in der Beschreibung verlinkt, ne. Ist ja, denke ich, selbstverständlich. Nechternheit Steinweg. Nechternheit Steinweg. In Holland würden diese reden. Ich hab grad das Gefühl, meine Stimme ist grad ein bisschen komisch. Ach so, und hier kommen wir zu einem kleinen Problem. Ich glaub, das liegt nämlich auch daran, dass ich keine Fahrpläne laden kann. Einfach mal kurz drüber hinwegsehen. Hier fehlt ein Spleene. Ein liebes kleines Spleene fehlt hier. Oh Mist. Und jetzt seh ich ja auch grade, dass, ähm... Das Kennzeichen von Lichtenberg L.I.C. ist. Und ich hab hier auch so sein L.I. eingestellt. Was für ein... Kannst du niemandem erzählen. Aber niemandem kann vertellen. Und da vorne eine schöne Kirche. Ich fahr übrigens ein bisschen schneller. Ich ff... Ja, weil einfach so wenig Verkehr ist und wir keine Fahrgast haben und ich kann ja richtig Gas geben. Ja, und hier fallen die... in die Plattenbauten reinfahren. Friedrich-Sign-Terminus. Zentrum. Warte mal, da bin ich ja schon Ende zu... Ja. Friedrich-Zentrum. Auch schön. So, kannst du mal fahren? K.P. Ja, kein Plan. Achso, Stopp-Schild. Ja, Straßenbahn fährt hier übrigens auch. Bloß ich glaube nicht, dass hier simuliert ist wie beim Wien... äh, beim Wien-Add-On. So. Ähm... Genau. Ich wollte euch noch erzählen, warum es jetzt so lange gedauert hat. Bis zur nächsten Umsied-Folge. Äh... Es war einfach so. Es sind ja jetzt so Ferien und so. Juppie, ja, super. Und davor war Schule mit Stress. Und, ähm... So plötzlich... Achso, links. Plötzlich, äh... es begab sich zu einer Zeit, dass dann plötzlich das Wetter so schön wurde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte einfach so am Anfang überhaupt keine Lust, an den Computer zu gehen. Das kann man eigentlich gar nicht glauben, oder? So, heutzutage. Schönes Wetter. Das sagen doch die meisten. Ist egal. Dann mach ich irgendwie hier die, äh... die Gardinen zu und dann... dann merkt man nicht, dass schönes Wetter ist. Hab ich eine Ausrede, warum ich drin bleibe. So nach dem Motto. Äh... Wenn man dem jetzt folgen konnte. Und, äh... Ja. Ich hatte einfach irgendwie... Ah, nee. Computer. Äh, nee. Dann war ich irgendwie die ganze Zeit über draußen und... Keine Ahnung. Hab... War draußen. Hab im Prinzip wie so ein Penner gelebt mit meinem Einkaufswagen. Und dann... Hab ich auch draußen übernachtet und sowas. Okay. Ich sollte vielleicht nicht zu viel Mist erzählen. Vielleicht glaubt ihr mir das noch. Marzahn U-Bahn. Oh, da ist sogar ein Fehler, denn... Nein, das ist kein Fehler. Das ist ja fiktiv. Ich weiß, aber... So als kleine Anekdote aus meinem aufregenden Leben kann ich ja mal kurz erzählen, dass, äh... Marzahn in Wahrheit ein S-Bahnhof ist. Ach, ja. Jetzt ist es raus. So. Das hier ist übrigens... der Seeburger Straße ist bleiben. Hier rechts, Seeburger Straße und so, dieser... Parkplatz. So, ich muss gerade aufstoßen. Ich hab gerade was gegessen. Ja, das Wetter wurde schön. Es war richtig heiß plötzlich draußen. Ich war draußen, äh... Und... Genau. War kaum mal am Computer. Und wenn ich da mal am Computer war, so abends oder so, dann hatte ich irgendwie meistens nicht so Lust zum Aufnehmen. Und ich muss euch sagen, ich hab irgendwie seit zwei, mindestens seit zwei Wochen nichts mehr aufgenommen. Und, äh... All die Videos, die so in letzter Zeit kamen, deswegen kamen sie auch so unregelmäßig, äh... nicht unregelmäßig, so komisch, man ist im City und FIFA, ähm... Weil die irgendwie noch voraufgenommen waren. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, wenn ich so... mh... aufnehme, wenn ich so Startes und aufnehme, hab ich eigentlich immer am Essen auf FIFA-Lust. Das ist ja auch irgendwie verständlich, weil FIFA ist immer am spannendsten. Äh... da geht's immer um was und sowas. Das ist immer richtig cool, finde ich. FIFA spiel ich auch offscreen gern mal. Omsi ja in letzter Zeit nicht mehr so. Wie gesagt, wegen dem schönen Wetter. Im Winter erinnert sich das wieder. Naja. Und dann, äh... waren dann irgendwann Ferien. Äh... Und... das Wetter war immer noch schön. Und, äh... Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hab ja so im Vorhinein gedacht, ich kann mich ja vielleicht ein bisschen so die letzte Woche auch hängen lassen mit dem Aufnehmen. Ich hab ja eh noch ein bisschen voraufgenommen und so. Und dann kann ich ja in den Ferien hab ich ja ganz viel Zeit, kann ich richtig viel aufnehmen und so. Ja, aber dann hatte ich irgendwie dann doch nicht so viel Zeit, wie ich dachte in den Ferien. Ich hatte dann was vor und dann war ich wieder draußen und noch mehr draußen. Ach ja. Ferien ist dann auch nicht immer so... Ich kam immer den ganzen Tag zu Hause rum und bin am PC. Also, da hatte ich auch irgendwie kaum noch Zeit so fürs Zocken und so. Doch, zwischendurch hab ich, glaub ich, mal eine Folge FIFA aufgenommen. Ja, Karriere-Modus-Ding-Union. Ja. Das war ja ein Spiel. Ich soll ja nicht über Fußball reden, aber das war ja... Könnt ihr ja gerne mal reingucken. Das war... Ab Minute 17.03 könnt ihr euch das mal angucken. Das war ja schon ein Ding. Ich weiß gar nicht, warum ich die Minute auswendig kann. Wahrscheinlich, weil ich ein Autist bin. Nein. Ähm, nein, ich weiß die Minute auswendig, weil ich mir die Stelle ein paar Mal angeguckt hab. Weil die einfach so im Nachhinein relativ schmunzelig anzuschauen ist, falls ihr wisst, was ich meine. Schmunzelig, ne? Schmunzeln. Da muss man schon dabei schmunzeln, wenn man sich das so im Nachhinein anhört, so ein paar Mal mit voller Lautstärke. Ah, diese Emotionen, die dann immer so rauskommen, ja. Und er fuhr immer weiter. Nein! Ein Schild! Das geht ja aber um sie nicht so. Da ist ja eher immer so, äh, aus dem Nähkästchen plaudern angesagt. Mehr oder weniger. So ein bisschen T-Stunde. Könnt ihr euch dann ja euren, euren Sommer-Tee nehmen, euer, eure Club-Marte könnt ihr euch dann nehmen und dann mir zuhören. nennen soll. Stay-Time. Ja. Boah, das wäre auch mal interessant. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr Club-Marte trinkt. Das ist ja so ein richtiges Thema, aber immer so richtig. Ist ja so eine Sache mit der Club-Marte, ne? Ich weiß nicht, kennt ihr das überhaupt? Das ist, äh... Ja, es ist halt so eine Sache. Mehr muss ich, glaube ich, dazu gar nicht sagen. Wer das nicht kennt, kann sie auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Und nein, da kommt bitte nicht gleich drei Kommentare. Du bist so ein Dude, du kennst es nicht. Es ist durchaus legitim, Club-Marte nicht zu kennen. Äh... Und ich kannte das bis vor einigen Wochen auch noch nicht. Es ist dieses, äh... Ich kann es ja mal ganz kurz erklären. Es ist dieses Kult-Getränk, was, äh... irgendwie aus der Mate-Pflanze hergestellt wird und irgendwie auf den ersten Geschmack total eklig schmeckt. So nach... Wie wird es immer beschrieben? Tabak oder Wachs oder total eklig? So Tee irgendwie, ne? Mit ganz viel Koffein. So ein Energy-Drink im Prinzip. Und, ähm... Eben Kult-Getränk. Das kann man irgendwie nicht so... nicht so leicht kaufen. Bin ich überhaupt richtig scheiße? Genau. Club-Marte kann man eben nicht so richtig, äh... leicht kaufen. Und das Trinken, das wird... Oder... Das wird zumindest mal so gesagt. Ist ja nicht... Wahrscheinlich nicht bestätigt, dass es auch stimmt. Und das Trinken immer so die Gamer und so, weil es sie dann wach hält und die Hipstars. Und, äh... Ja... Da geht ja auch so ein bisschen das Gerücht oder das Klischee oder was auch immer. Vielleicht stimmt es ja auch. Ich weiß es nicht so genau. Ähm... Dass in Berlin so die ganzen Hipstars dann so rumlaufen und so. Und dass Berlin die ganzen Hipstars irgendwie da... Dass die ganzen Hipstars in Berlin entstehen und das dann alle trinken und sowas. Also halt Kult-Getränk. Ist schon eine ganz eigene Sache damit Klub-Marte. Genau. Und ich hab das vor kurzem mal probiert. Und ich muss sagen... Ich hab... dann nebenbei so eine Pizza gehabt und, äh... Hab mir gedacht, ach komm, ich hab mir dann mal so eine Flasche Klub-Marte gekauft und dann hab ich gedacht, nee. Jetzt probierst du mal Klub-Marte. Und es war vielleicht irgendwie auch nicht dieser geeignete Moment und sowas. Ist aber auch echt schlimm mit dieser Klub-Marte. Ähm, jedenfalls... Ich hab mir dann so ein Schlückchen eingegossen, hab's dann so gut getrunken und ich hab mir irgendwie gedacht, das schmeckt irgendwie ganz anders. Ich weiß nicht. Ich hab nie gedacht, dass es so komisch... Ich hab nie gedacht, dass es so komisch schmeckt. Dann hab ich erst mal so... Uuah! Dann kam erst mal so der Kotzreiz, wo ich weiß... Manche finden es ja ganz lecker. So auch schon auf den ersten Schluck. Ich fand das ja grässlich. Ja, und dann hab ich ganz schnell war ganz schnell aus dem Kühlschrank die Cola geholt und erst mal ein schön... Ach, Cola, lecker. Lange hab ich Cola nicht mehr so genossen. Ja, und dann hab ich Klub-Marte erst mal so ein bisschen daneben gelassen und jetzt hab ich mir fest vorgenommen, das nochmal zu probieren. Stand jetzt bin ich ja noch nicht so ein Fan davon. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, das würde mich echt mal interessieren. So, jetzt hab ich, glaube ich, viel zu viel Zeit aufgewendet mit über Klub-Marte reden. So, Marzahner Straße. Das ist eine Station in... Äh... Äh... Hohenschönhausen. Hohenschönhausen. Also im Nordosten Berlins. Und, äh... die Endstation vom 294er. Der 294er. Ich hab grad keinen Zettel. Einige von euch sollten es ja wissen, dass ich mich in Berlin diesbezüglich relativ gut auskenne. Wie auch schon, äh, damals in Spandau. Und jetzt kann ich ja mal so ein bisschen darüber erzählen. Der 294er fährt von Falkenberg. Das ist, äh... Ja, am ziemlich nordöstlichen Rand von Berlin. Von Falkenberg fährt ja irgendwie da über, weiß ich, Gärenseestraße. Ach, das ist ja... Das interessiert euch ja gar nicht. Äh, da nach... Nach... Ja, Marzahner Straße halt. Und das ist halt so ein Industriegebiet. Und, äh... Ja, Falkenberg ist, äh... Vielleicht aus dem Grund... Na, bekannt kann man nicht sagen. Aber man kann... Man könnte es vielleicht mal aufgeschnappt haben irgendwo, wenn man mal am Alexanderplatz gewesen ist. Weil irgendwie jede zweite oder dritte oder vielleicht auch vierte Straßenbahn, die da über den Platz fährt, nach Falkenberg fährt. Äh... Nämlich die M4. Außerdem fährt er noch die M17. Aha, das ist schon wieder viel zu viel. Ich höre schon auf. So. Nein, ich will jetzt nicht mit meinem Wissen angeben. Ich will das einfach nur... Ich muss das einfach ganz kurz loswerden. Ich weiß auch nicht. So, nächster Halt. Tripto-Kirche. Gibt's, glaub ich, nicht. Es gibt viele Kirchen, aber ich glaub nicht, dass es die Tripto-Kirche gibt. Tripto-Park gibt's. Boah, Alter, scheiße. Boah, Alter, scheiße. Also mal, der Tür scheint gewonnen, oder was? 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 Bauhaus. Ja, ja. So, hier ist kein Schuld. Ich fahr einfach... Ja, rechts vor links. Da ist keine rechts. So. Bin ich überhaupt noch richtig? Oh Gott. Doch, aber Tripto-Kirche scheint ja richtig zu sein. Also, ich würde jetzt diese Map nicht gerade als realistisch sozusagen bezeichnen. Also, dass es die in echt irgendwie vielleicht leicht geben könnte, oder so. Also, was heißt denn das leicht geben könnte? Das, also, keine Ahnung, es wirkt irgendwie nicht so realistisch. Dahinter mit diesem Berg. Und die Häuser wirken auch irgendwie... Ich weiß nicht, es wirkt ein bisschen komisch, aber es macht irgendwie auch Spaß, hier zu fahren. Das ist irgendwie richtig cool. Ups, was soll das denn gerade? Schwindel-Effekt. Ich weiß gar nicht, ob wir inzwischen schon in der zweiten Folge sind. Mag sein. Wenn ja, dann herzlich willkommen. Wenn nicht, dann haut ab. Ciao, tschüss. Nein. Nein. Uh, Fall? War da ein Fall? Ne, gut. Nächster halt. Prenzel. Ja, Prenzel. Das ist auch so ein Ding. Kommt natürlich von Prenzelberg, also Prenzlauer Berg in... Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Hipster-Viertel. Da leben so ein bisschen die Coolen aus Berlin. Uah. Ja. Willkommen in Prenzel. War da doch ein Fall. Da war ein Fall. Ach. Ach. Von all den Straßen nehme ich natürlich genau die, die da in den Wald fährt. Ach, Leute. Machen wir ihn jetzt. Ich habe ja Kollisionen ausgeschaltet, ne? Dann parken wir einfach mal. Das sieht auch lustig aus, ne? Hier so die obere Etage. Hier ist ein Eindecker. Ja? Das ist ein Eindecker. Der schwebt hier quasi. Brrrr. Ach so, und hier. Ist ja auch schlau. Der zweimal das Parkhaus platziert. Der Remington. Remington. So, haben wir ja nicht... Habt ihr ja überhaupt nichts gesehen, oder? Brumm, brumm. Aus dem Weg. Ich hab mich verfahren. Ich muss schnell wieder auf Positionen. Boah, und es ist hier immer noch so heiß. Ja, für mich, Luigi. B, 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 B. Bis zum nächsten Mal.